Geh weg von denen Hier, Fretz Meine bleibt da nicht kleben, weißt du, ne? Ja, meine zieht den ran Meine bleibt da nicht kleben Alles gut Ah, komm jetzt, ey Ich hab Gegnern bei mir Es liegen kleine Drecksviecher und Großviecher Äh Äh, Christian hin Hä? Klar Musst ja eben kurz Waffe wechseln Ja, mach mal Der geht Jetzt reicht's, ey Ne, vor allem Große Sterben Boah ey, das nervt, ne? Schnauze voll Ich hab grad angekotzt Alter Warte ich ernsthaft trollen? Klar, ich will jeder trollen So Gab's erstmal hier Mondstein ist immer wichtig 54 Stück, ey, zum Schluss können wir ja noch einkaufen Naja Du meinst, zum Schluss wir gleich schon hin? Ne, jetzt komm ich die entgegen hoffentlich Ja, die machen wir noch Boah, ich komm noch nicht hoch Wack Du bist schlecht Ach, jetzt Maulflash Jupp Jupp Ah Penisrutschen, da du jude Hihihi Ich will kämpfen Ich will Kämpfen Na, das Ding ist angegangen Naja Ich weiß, was du kämpfen willst Ich will kämpfen, ich will alles töten Du willst die Schnauze halten Du willst die Schnauze halten Naja Ich will Ich will Boah ich es ist es ich das ist eine lange weile ne so, meine besten Männer arbeiten an der Rückeroberung der Station was ist der Chef von Hyperion? ist der wirklich so ein Arsch, äh Arsch wie ich höre? wer zum Zweifel ist der? das ist der zehnjährige Junge den wir engagiert haben sie sind gefeuert schon sie sind gefeuert schon nur nochmal warum habe ich Waffen die Level 13 sind Alter wie sind wir denn wieder unter powered? also nicht ja die kann man verkaufen also du bist deswegen Waffen wie teuer war die? 1185 ne ist klar was denn kannst du nicht kaufen? welche denn? die erste welche erste? die Waffe oder was? die Sniper die Feuersniper? soll ich die ihm kaufen? so ja ruf sie äh ne wie kann ich die jetzt wegwerfen rechtsklick nein ich hab doch äh controller also nicht da äh bevor sie auf wohnt gefallen ist aufgefangen ah ja dann kann ich die alte wegschmeißen oder verkaufen wie gesagt ähm wir kaufen boah ich will die töten ne ganz ehrlich ich will die noch töten wir töten die nicht komm schon ich will die töten ich will die töten das ist gutes gefunden meine Waffenautomaten ich weiß nicht ob ich schon ein Gegner bin ich werd nervös wenn's zum Bossfalt geht wird's immer nervöser ja ich will die unbedingt töten und dann sehen dass ich einer auf der Fresse kriege naja passiert doch sowieso dankeschön alter die sind Level 13 mhm sind schon wieder überpowered die Wichser ja ist klar dass sie überpowered sind weil wir irgendwie hier falsch immer hinrennen weißt du doch normalerweise müssten wir schon lange viel höher als Level sein aber ne wir rushen immer so durch machen wir nie nein ey du missgeburt mach mal mit schicken das ist klar da kommt der da jetzt zu Besuch weiß er nicht ach ne das ist wieder der Laserstall ne doch nicht hehehe ah wieder da die Musik ist voll geil auch so fliegen ist nie so schön wo sie sind Level 12 gehen eigentlich wieder auch nächstes Level da ist es doch ich hoffe wenn ich die Wichser da oben mal treffen würde wenn ich nicht nachladen muss ey komm doch da ist es du bist ein Arsch warum machst du so'n Scheiß weil der mir nicht gefiel oh zwei Tokens elementar stand auf jeden Fall ja jetzt ist doch ich warten bis ich neues Level bin Arsch dankeschön und Stein das kommt was kommt denn danach alter Schwede äh ne oh Alarm geht nur ja geil alter Aua ich muss bei ihm einsetzen mal gucken was rauskommt nehm 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 Level 13 weil du Arsch den eben getötet hattest bin ich mir nicht ein neues Level gekommen aber bist du ja jetzt jetzt hast du ja Glück gehabt ja jetzt ja Autsch Alter glaub doch kannst du dich mal bitte darum kümmern was denn rüber da glaub bin hier drin ähm ja fett als lang verdient ok rückstoßdämpfung einmal reinhauen und ähm elementar effekte chance ja du wagst es auf mein Schiff zu kommen nach all meinen freundlichen Warnungen ja du wirst sterben auf schreckliche Art nö da kommst du dann nö 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 ich weiß nicht was kommt wieder aber das sieht nach doppelwaffen aus ich trotzdem alles weg meine freunde also komisch das steht was ist immer zu geil wenn diese komisch stehen doch trist oder jetzt so nächste muss einfach nur eine granate passen werfen gut ich dachte wieder neu bett das an und stein oder nicht auf meinen arsch